ist das schön, guck mal. Das ist alles aus Bambu, oder? Ja. Hier unten steht 1880. 1880. Nein. Jetzt muss ich aufhören, so wohnen. Das hätte ich nicht erwartet. Schmuck, schmuck, schmuck. Die kleinen Schiffe. Das ist eine schöne Schachtel. Was soll Fimahab. Was soll Fimahab. Ja, Fimahab. Mein Gott. Wie geht? Hint nicht in Podmoneer. gott die bibel die bibel ist ja was arbeiten das ist das alles oder hierhin kommt es so schlecht ist das ist meine mutter ist das. Und die habe ich immer noch. So schade ist das eine Seite gerissen. Ich frage mich aber immer noch, warum das Bermut heißt und nicht immer steht Bermutter. Da kannst du die ja mal fragen, vielleicht wisst die das ja. Das ist das historische Adolf. Siehst du, hier ist der Marktplatz. Ja. Und wir sind, wir sind Freiberger Tor. Das sehe ich jetzt aber nicht gerade. Also kommen wir vorhin. Guck mal die Decke an. Das ist alles noch wie früher mit Lehmputz. Leben und Stroh. Alte Bügelreisen. Die werden mit Kohlen beheizt. Ja. Ja. Ich kriege den Knochen. Gerade die Fenster sind ja schief. Ja. Ja. Das nennt man Entorsien. Na freilich. Und die hast du noch. Hab ich noch. Soll ich dir mal zeigen, wenn du da. Oh der. Ja. Das ist ja so. Das ist auch so schön. Mhm. Ja. Also Adolf und Tempischer Fabrik. Tempischer aus Aardorf mit Weltniveau. Ja. Ja so. Und so muss da halt die Tante Löse. Hm. Das hier hilft. Weißt du was das? Arbeit macht. Mhm. Guck. Das ist ja, guck mal, das ist ja schon Katalog hier. Ja. Wo die ja alles suchen kannst du nicht. Das musst du da. Ja das musst du da haben. Hier auch. Das ist ja Wahnsinn. Die müssen hier ja alle festkleben. Die müssen hier ja alle festkleben. Ja. Das ist ja auch super gut. Ja. Und dann ist der Babywanner. Ja. Das ist auch das Babywanner. Ja. 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 Ja.